Philips ist eines der führenden Healthcare-Firmen in der Welt. Und Our Healthcare ist ein Konsumententeil davon, wo wir das wahr machen, dass wir wirklich leitend und top Firma sind im Bereich Healthcare. Philips steht für Superiority, das Beste im Bereich Mundhygiene. Und das können wir auch substanzieren durch klinische Studien, die das unterschreiben. Es gibt hier auch viele Key Opinion Leaders, so Top-Professoren aus der ganzen Welt, die das begleiten und unterstützen. Die neue Sonicare Flexcare Platinum, die erlaubt jedem, auch wenn er zu müde ist oder gerade keine Lust hat, automatisch die optimale Putztechnik. Verbesserter Bürstenkopf und auch noch eine Andruckkontrolle, die sicherstellt, dass man immer den Zahnbelag optimal entfernen kann. Die Zahnaufheilung spielt eine große Rolle heutzutage, weil wir immer mehr mit Ästhetik zu tun haben. Auf der anderen Seite ist die Zahnaufheilung ein Eintrittsportal für Menschen, die mehr auf Ästhetik achten als auf Gesundheit, die für gesunde Zähne zu gewinnen. Philips hat mit dem Bereich der Zahnaufheilung sehr viel zu tun. Und zwar haben sie zwei verschiedene Systeme. Einmal das Zoom-Whitening-System. Dieses Zoom-Whitening-System beinhaltet, dass Gel auf die Zähne eines Patienten aufgetragen wird und eine Lampe, die von Philips designt worden ist, hilft, den Prozess zu beschleunigen, sodass man nach einer Stunde weiße Zähne hat. Auf der anderen Seite kann man auch seine Zähne zu Hause aufhellen, in zwei Wochen, über Nacht oder über Tag, so wie man es gerade möchte. Wir sind ganz stolz darauf, dass wir hier sind, wieder mit einem hochmotiviertes Team und das einen Top-Verfolg zu machen.